Herzlich Willkommen an allen Freunde zurück zu Minecraft Dungeons. Mir ist ein kompletter Fail passiert. Ich habe gestern die gruselige Luft gespielt. Ich habe gedacht ich würde es aufnehmen. Habe ich nicht. Stattdessen habe ich ausgesehen einen Livestream gestartet. Und es nicht bemerkt. Aber der Livestream der wurde nicht gespeichert auf Twitch. Deswegen habe ich ein kleines Problem. Ähm, der Dungeon, den möchte ich auch ungern nochmal machen. Es kommt ja eh dann noch eine Schwierigkeitsstufe dazu. Der hat nämlich ohne gelogen ca. eine Stunde und 20 Minuten gedauert, um wirklich alles zu erkunden. Das war Horror, Leute. Ich möchte das nicht nochmal machen. Ne, wirklich nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte es nicht nochmal machen. Äh, deswegen werden wir heute den nassen Sumpf machen. Den habe ich nochmal gemacht. Den habe ich auch dagegen gemacht, tatsächlich. Weil ich gerne eine Klebe wieder haben wollte. Äh, so auf meinem Level wollte ich die haben. Die habe ich dann auch gemacht. Deswegen machen wir heute den nassen Sumpf, tatsächlich. Tut mir leid, dass ich den schon mal gemacht habe. Aber, da ändert sich tatsächlich eigentlich gar nichts dran. Außer, dass die Gegner schwerer sind. Und ich wollte meine coole Klebe wieder haben. Ist jetzt keine, ähm, Dingsklebe. Keine toxische Klebe, sondern eine... Äh... Ja, ne? Gott, wie heißt denn die Klebe? Irgendwas mit Grabklebe. Ja, das brauchen wir nicht mehr mittlerweile. Ähm... Hier könnte man gucken, ne? Das ist eine Grabesfluch. Ah, Grabesfluch heißt die. Genau, das sind meine Waffen, einen Seenbogen. Der macht 403 Schaden. Ist mega cool. 804 Gesundheit. Und auch 30% Fernkampfschaden. Und... Extra Schaden gegen Untote. Und ich habe einen Papagei dabei. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Hier, wir haben hier kosmetische, ähm, Dinger. Da habe ich jetzt einfach mal hier meinen Cape ausgerüstet. Der Polarfuchs ist natürlich auch süß. Aber ich glaube, der würde mir zu sehr auf den Keks gehen. Dann würde ich die ganze Zeit versuchen, auf den einen zu schlagen. Obwohl der eigentlich nichts macht. So. Guck mal. Jetzt sind die Gegner wieder teilweise One-Hit. Äh... Vorher hatte ich noch eine Leve. Die hatte... Warte, ich muss mal für mich persönlich den Sound ein bisschen runter machen. Denn... Der Sound gefällt mir gerade nicht. Dieses... Bösch! So. Und ich kann schon mal sagen, ich hasse diesen Dschungel. Äh... Diesen Sumpf. Hat einen einfachen Grund. Wegen diesen... Diesen Hexen, ey. Boah, die haben mich genervt hier. Die haben mich richtig... Genervt einfach. Da gab es auch nichts Positives, was ich darüber sagen konnte. Außer, dass sie mich genervt haben. Oh. Ich werde den Dungeon jetzt nicht mehr allzu gründlich hier durchsuchen. Weil... Äh... Also doch. Ab einem gewissen Teil nach der Höhle werde ich... Besser suchen. Weil wir suchen ja hier auch noch den geheimen Dungeon. Oh Gott, da ist ein Creeper. Ein Verzauberter. Das ist ja schon wieder hier gut, ne? Oh Gott. Kompletter Leben. Kannst du bitte explodieren? Wieso kriege ich Schaden? Oh mein Gott. So. Oh Gott, da ist ein... Oh ne. Weißt du was? Die ignorieren mich ja irgendwie. Die haben mich Eiskarte ignoriert? Ich weiß nicht, wieso... Oh Gott, wir haben Kritiker-Hits gemacht. Nice. So. Ach ja. Weg mit euch. Oh, da ist eine Kiste. Die schnappen wir uns natürlich. So. Hallo, ihr Äxte. Ihr seid aber auch Geschichte. Zack, zack. Weg mit euch. Ah, was haben wir hier drin? Oh, ein Schnelligkeitstrank. Okay. Das ist ja auch ganz cool. Ich könnte mir auch gerne mal ein paar Schränke in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder sowas. Denn ich suche einen Schrank, wo ich Platz, beziehungsweise Regalschrank, Kommode, whatever, wo ich Platz habe für mein Lego-Harry-Potter-Schloss. Das ist nämlich viel zu groß für mein Expedit-Regal. Denn da guckt dann dieses Bootshaus dann die ganze Zeit raus und das möchte ich eigentlich nicht, dass das rauskommt. Äh, ich frage mich gerade, wo die Hexen sind. Ah, da ist eine. Denn wir haben hier noch nicht allzu viele Hexen gesehen. Im Level. Aber sie gibt es, Leute. Die gibt es. Gibt es hier en masse. Tatsächlich. Aber irgendwie sehe ich hier kaum eine. Was gut ist, Leute. Was wirklich gut ist. So, lass mich mal hier in Ruhe hier. Nimm mal lieber den Trank. Sicher, sicher. Achso, ich muss ja die Dinger da kaputt machen. Stimmt ja. Da war ja was. So, ich finde es cool. Papagei, der stört mich nicht allzu sehr, weil der ist relativ klein. Und ja. Das finde ich in Ordnung. So, da haben wir einen Creeper. Der ist aber weg. Oh Gott, hinter mir. Oh Gott, da ist ja eine Hexe. Oh Mann, diese Hexen, ne? Die machen echt krassen Schaden. Da muss man echt aufpassen. Och, Alter. Nervt mich nicht. Oh Gott, da hinten kommt noch eine Hexe. Oh Gott. Sie hat überlebt. Oh mein Gott, Leute, ey. Hätte nicht gedacht, dass die da überlebt. So, hier haben wir auch noch einen. So. Wo ist der letzte? Oh, ne. Äh, wir gehen außen herum. So, laufen ein bisschen. Geh mal gucken, wo er ist. Mir wird nämlich gerade nichts angezeigt. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin... Och Mann. Scheiß Hexe. Mann, ich hasse die Hexen hier im Spiel. Die... Die nerven mich. Da ist der letzte. Okay. Direkt da. Okay, okay. Ein Leben haben wir schon versammelt. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Alter, was ist hier denn auch los? So, bitteschön. Ich laufe einfach durch, Leute. Ich laufe durch. So. Super. Ab in die Höhle. Komm. Aber ich mach' ich ja hier komplett weg. So. Du auch weg. Super. Nehmen wir ein bisschen Essen. Oh. TNT ist immer gut. Äh. Schmeiß' ihn einfach da hin. So. Dann ist es weg. Dann ist es weg. Oh. Das ist Edgar. Und ein Enderman. Äh. Oh. Der Enderman hat irgendwie nicht drauf reagiert. Okay. Naja, Enderman. Dann geh' ich halt woanders hin. Muss ich überhaupt hin? Oh, wir haben Glitchstab. Bekommen das. Cool. Muss ich überhaupt... Ne, ich muss da gar nicht hin. Okay. Ah, ich muss da hinten hin. Okay. Dann laufe ich hier mal durch. Schuss, Enderman. Da der Enderman mir hier eh nichts wirkliches bieten kann, laufe ich jetzt hier durch. Ja. Ich weiß, ich weiß, Leute, aber den Dungeon... Ich hasse diese Hexen. Die Hexen, die nerven mich einfach viel zu sehr, dass ich ordentlich diesen Dungeon hier machen kann. Ja. Weg damit. Und ich weiß auch, glaube ich, relativ gut, wo hier die Kisten alle waren. Ja. Und... Ja, hier ging's auch weiter. Ups. Hier ist gar nichts. Ich weiß relativ gut, wo die Kisten alle waren. Ja, ja. Bild ich das ein. Äh, und zwar hier war, glaube ich, keine. Was? Eine Anmeldebestätigung für Twitch. Ich hatte heute schon mal eine E-Mail bekommen, dass irgendwer versucht, auf meine... Äh, Dings? Meine Accounts zu greifen. Und zwar auf Twitch. Aber... Aber... Ja. Anmeldungs-Bestätigungs-Code. Die kriegen die natürlich nicht. Also, die wissen meine E-Mail. Ich hoffe nicht. Achso, ich muss sie, glaube ich, gar nicht her, ne? Aber ich glaube, hier war die Kiste. Deswegen gehen wir hier her. Ja. Okay. So, machen wir dich mal eben weg. So, weg mit dir. Rechts war eine Kiste, das weiß ich. Und hier ist tatsächlich keine. So. Ich muss gleich mal eben auf Twitch gucken, ja? Wer mich da versucht, meinen zu hacken. Ich könnte ja nur meine Fans sein. Alter. Hör auf, so viel Schaden zu machen hier. Und wieso überleben das die Hexen eigentlich hier? So. Weg mit dir. Och, Alter. Hier ist noch so eine hässliche Hexe. Hä? Bin ich hier komplett dumm, oder was? Okay, ich laufe zum Ausgang. Ich habe keine Lust auf die Hexen, Leute. Es tut mir leid. Die Hexen, die nerven mich wirklich instant. Und... Bla, 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 mich ab. Ja. Wirklich. Die nerven mich so sehr. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Du kannst da pfeifen, wie du willst. Ich muss gleich mal eben auf Twitch gucken, dass ich da mein Passwort ändere. Weil schon zweimal haben Leute versucht, da irgendwie... Oh Gott. Kommt die auch noch, oder was? Droppen die überhaupt was? Alter. Oh mein Gott. Machen die Schaden. Muss mal eben hier... So. Ich muss mal eben hier ausruhen. Bis ich L drücken kann. Wofür gehen eigentlich meine Seelen weg? Weiß nicht. Für B? Für das? Ne. Okay, jetzt können wir rein. Können wir den nächsten kaputt machen. Und raus. So. Hier haben wir einen Trank. Äh, ist das die Map mit dem... Ne, ist das auch nicht. Schade. Schade, schade. Oder? Vielleicht haben wir den Dungeon vielleicht nicht. Es gibt nämlich eine Map... Eine spezielle Map dafür. Äh. Ich greife einfach mal an. Das scheint ja irgendwas zu sein, ne? Ja, da hinten. So, bitteschön. Hihi, hihi, hihi. Ich bin Boger-Schiedsee. Könnt mir gar nichts. Oh, wir nehmen mal das Boot. Oh Gott. Haha, du bist gefroren. Bam, 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 bam. Weg mit dir. Oh Gott. Äh, da wollte ich zu viel. Wieso sind die da so elektrisiert? So. Äh, ja, gut, ne? Alter, aua. So, hier, bitte, bitte. Oh Gott. Muss man eben hier L drücken. So, komm her. Und weg mit dir. Oh Gott. Das war ja was. So, hallo. Okay. Warte mal hin. Links geht's nicht weiter. Ah, oh ne. Weg, weg, weg mit dir. Äh, ich hänge fest. Okay, gut. Gut, gut, gut. Muss auch sagen, äh, der Sumpf, der laggt tatsächlich auf der Switch. Ich weiß nicht, wie es auf der, äh, PC-Version oder auf anderen Versionen ist. Aber hier laggt er tatsächlich. Das möchte ich natürlich auch erwähnen. Mh, ja. Von jetzt. Also, also es spielt sich nicht ganz so flüssig. Wie beim ersten Durchgang. Irgendwie merke ich das. So, hat er ist weg. So. Hi, 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 hi. Habe ich einen Weg übersehen? Nee, habe ich nicht. Hallo Zombies. Ich weiß, ich weiß. Ihr habt keine Chance gegen mich. Aber es ist nichts Neues. Das ist echt nichts Neues. So, geht mal her hier, die Pfeile. So. Alles was, ich schmeiße einfach mal da runter. Mal gucken, was es bringt. Vielleicht nicht ganz so viel, wie ich es mir erhofft habe. Aber macht nichts. Bin auch noch so stark genug hier für euch. Geh mal weg hier. Ja, Slimeys. Aber Dankeschön für das ganze Zeug. Oh, ich hätte auch recht. Also, ich kenne die Map tatsächlich doch nicht. Ich glaube, ich habe die jetzt zum ersten Mal hier. Weil ich hatte nie dieses Loch, glaube ich, hier. Vielleicht haben wir sogar den geheimen Dungeon. Weil den bekommt man nur auf einer bestimmten Map. Und ich hoffe, das ist die. Wir sehen es gleich. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Okay. Äh, da ist ein Creeper. Ah, der ist weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, der ist aber auch weg. Ah, da haben wir noch einen Creeper. Der machen wir uns aber hier keine Probleme. Achso, stimmt, die kleinen. Die kleinen habe ich vergessen. Äh, hier unten scheint... Da ging es natürlich noch hoch. Möchte ich da hochgehen? Ja, komm, ich gehe hier hoch. Ich gehe hier hoch. Oh Gott, hier ist ja was los. Ach hier. Ich könnte ein bisschen TNT schlucken. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Ein paar Pfeile ist immer super nett. So, hier. Weg mit euch. Hahaha. Ich bin da super ausgewichen, oder? So. Ich meine, hier gibt es echt viel, viel Skeletten. Skeletten. Äh, hier, ne? Dingsies. So, weg. Ach, geh weg. Geh bitte weg. So. Ah, da ist eine Truhe. Ah, hier. Yeah. So, hier geht es nochmal runter. Da ist aber nichts. Okay. Vielleicht habe ich mich dann doch geirrt. Und hier ist tatsächlich nichts. Schade. Ich dachte, wir hätten vielleicht den geheimen Dungeon gefunden. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Da habe ich ja alle erwischt. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Schade. Oh, Gott. So. Ein paar Dinger. Ach, ihr seid ja auch kein Problem hier für mich. Ja. Bitteschön. Hi, 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 hi. Ihr oben habt auch Schaden bekommen. Fand ich lustig. Lustig, lustig. Tralala. Bald ist Nikolaus Abendzeit. Ah, hopp, hopp. Ich habe auch gesehen, ne? Das Spiel hat relativ schlechte Wertungen bekommen. Ähm. Das Spiel ist halt auch für Kinder ausgelegt. Ja, das ist natürlich keine Frage. Aber mir gefällt das Ganze. Ich muss nicht hart grinden. Ja. Die Gegner sind vielleicht manchmal zu schwach. Aber ich finde es eigentlich nur ganz... Okay, tatsächlich. Oh. Wir sind schon beim Boss. Okay. Bam. Oh, ich spame jetzt mal so hier. Ups. Ja. Die treffen mich nicht. Du, aber. Oh Gott. Nee, nee, nee. Ich will nur den da. Oh Gott. Jetzt habe ich aber hier Schaden bekommen von denen. Wie. Bam, 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 bam. Okay. Kann ich auch von hier oben? Nee, kann ich nicht. Okay, okay, okay. Okay, ich kann den wahrscheinlich nicht. So. Du gehst mal bitte weg. Danke. Oh Gott, ey. Ihr seid ja nervig hier. Kommt noch mehr, okay. Okay. Du machst Feuer. Mach da mal Feuer hin. Ich laufe noch eine Runde. Oh Gott. Ey. Und bam. Oh Gott. Oh Gott. Das war, glaube ich, ein Fehler. Muss man hier eben entspannen. So. Wir warten mal kurz. Hinter bin ich relativ safe. Also, glaube ich. Ja, bin ich. Du, 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 du. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Ha, 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 ha. Du, 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 du. Und ey. Super. So. Mann, ich will, ich will das da treffen. Danke. Geh mal weg hier. So. Super. Und neuer Bogen. Nice. Oh, Jägerglück. Jägerglück. 58. Wie viel Schaden? 380. Wahrscheinlichkeit, Pfeile zurückzuhalten. Oh, das ist natürlich cool. Aber der macht eindeutig mehr Schaden da. Aber der hat dafür drei Verzauberungsdinger. Oh, ich schaue mir mal eben die Verzauberung an. Abgeschossene Pfeile erhalten gelegentlich den Blödspor. Das ist richtig gut. Das brauche ich nicht. Beschleunigung ist auch ganz schön cool. Kettenreaktion ist auch mega cool. Raubt einer Kettentur für, ach so, Bewegungsschwindigkeit und Bono-Schuss. Oder Wachsen. Oh, das ist schon cool. Bogen ist schon cool, tatsächlich. Ja, der gefällt mir echt gut. Der gefällt mir echt gut. Ja, Leute. Das war es mit dem Sumpf-Dungeon. Den nächsten Dungeon, den werden wir wieder ordentlich erkundigen. Erkunden. Ja. Schwierigkeitsgrad war in Ordnung. War nicht allzu schwer. Den geilen Dungeon haben wir leider immer noch nicht. Weil die Map noch nicht da war. Naja, vielleicht kommt sie irgendwann mal. Irgendwann. So, was haben wir hier drin? Oh, ein... Oh, oh, gut. Einen guten Dings. Das ist natürlich sehr gut. Den kann ich gut gebrauchen. Hier, bitteschön. Dann kannst du nämlich weg. Äh, das brauche ich auch nicht. Ich behalte nur noch legendäre Sachen. Oder ein Schwert, falls ich das mal irgendwann wieder nutzen möchte. Du kannst ihn einsetzen, um einen Blitz auf ein Gebiet herabzufahren. Ja, das ist eigentlich teilweise schon cool. Aber brauche ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ich würde den einmal gerne testen. Wie schießt der? Wie viele Schaden macht der? 600. Oh. So macht er 200. Okay. Wie viele machst du? Hä? Wo ist denn mein Schatzbogen? Hallo? Ach, den hatten wir, ne? 685. 274. 274. Wie viele hast du nochmal gemacht? Aber der ist auch verzaubert und der nicht, weißt du? Und da kann ich ja drei Sachen drauf verzaubern. Ich würde schon fast sagen, den verwerten wir. Und wir nehmen hier was. Äh, durchbohren. Warte, was war das? Irgendwo Schuss. Ich würde schon sagen, wir nehmen das auf jeden Fall. Dann hier. Äh, finde ich ganz cool. Hier, den hier. Oh Gott, wir haben ja überhaupt kein Dingsi mehr. Und dann entweder 24 Schaden pro Schuss oder hier. Wachsen. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, ich nehme das. Ah, die lebe jetzt auch. Ach, die haben wir ja. Ach ne, dieses Dings. Okay. So, dann machen wir jetzt. Und die fliegt durch, Leute. Durchfliegen ist... Oh. Die macht sogar manchmal mehr Schaden. So weiter ich weggehe, umso mehr Schaden. Tatsächlich. Leih, das wusste ich gar nicht. Guck mal. Wie es durchgeht. Das ist ja mega gut. Das ist echt cool. Nice. Das gefällt mir schon mal besser. Okay, dann. War's das mit diesem Part. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.